Hörit, hörit, aufgeblickt, heute kommen unsere tapferen Recken frisch aus dem Glorywood zurück. Einem Wald mit sehr vielen Löchern, wo magische Dinge passieren. Küsst du einen Frosch oder einen einsamen Barbaren, der sein geliebtes Hausweib vermisst? Man weiß es nicht. Neulich wurde ich von einem Kumanen geknutscht. Ich hab mich einfach in den Wald gesetzt und meine Lippen gespitzt. Boah, was war denn das? Ey, was ist hier los? Uff, Kung F hab ich gerade getötet. Kumane? Kumane F. Der Kumane F. Der Kumun Kumane F. Kumunu Kumane. Da wird wieder geswaffelt. Ey, wie viele sind hier? Ich weiß auch nicht, ich wurde auch leicht angedrödelt. Uncle! Was ist mit meinem Onkel, ey? Es geht hier ab. Oh nein, der Bot. Ey, keine Chance. Ich glaube, ich wurde schon von einem Bot getötet. Wurde hier von tapferen Recken. Der Bot und sein Onkelvater haben mich angegriffen. Ist auch so ein Wort, ey. Der Onkelvater. Der Onkelvater. Mein Onkelvater hat mir gestern seinen Kellerponyhof gezeigt. Da waren aber gar keine Ponys drin. Ich musste mich einfach auf sein Knie setzen und er hat gewippt. Da waren nur Kumane. Und mit dem Kumane Hof. Aber what? Powerbots. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht, die starken Bots? Hä? Was war das denn? Das trifft. Irgendwie werde ich hier gerade von der Seite von Pfeilen durchgelöchert. So ein Dalsim-Yoga-Teleport-Move gemacht. Ein Dalsim. Dalsim Dyson hat er gemacht. Mich angesaugt und weggeschlagen. Ey, ich check's nicht. Ja. Oh, jetzt wieder einer am Katapult. Aua. Hey, Leute. Hat noch jemand Verbände zufällig? Ey, ich hab... Also hier, die schlechteste Start. EU-West. Den goldenen Ritter davor. Aber jetzt... Guck mal, jetzt pressen wir. Jetzt pressen wir. Jetzt wird gepresst. Schönes Trockenpressen. Ja, jetzt. Wir fahren auf beiden Dusen. Doppeldusen. Doppeldusen. Das fand ich auch so geil beim Dings hier im Dinosaurierpark. Da kannst du halt so Sachen ausgraben. Oder kannst halt auch Drusen knacken. Steht dann da irgendwie. Weißt du? Weißt du, was ich gerne mal wieder spielen würde? Heroes 3. Vermisse Heroes 3. Naja, Heroes 3. Die guten alten Zeiten. Sieben Stunden streamen und dann... Immer noch nicht fertig. Gott, vermisse ich das. Die guten alten, heroischen Heroes-Zeiten. Leute, meine Keule ist gleich weg. Das hat halt noch richtig Spaß gemacht. Das war nur richtig... Das war Gaudi. Auch wenn heute noch Leute im Stream schreiben... Nein, ihr habt nicht wirklich die Runde beendet. Denn da waren noch diese Mönche. Die Power-Mönche, die wir nicht bezwungen haben. Ach ja, die Mönche. Da kriege ich heute noch Nachrichten. Im Stream. Nein, das war damals nicht Legitino. Die Power-Mönche haben noch gelebt. Guck mal, jetzt hat sich gerade einer für den Teamkill entschuldigt. Dann no problem. This is the war. Ey, es passiert im Krieg. Kein Problem. Wir haben uns alle mal eingestuhlt. Ja, eben. Das kann im Krieg halt einfach mal vorkommen, ne? Bei uns allen ist mal die Latzhose ein bisschen löchrig. 15 Jahre zusammen Ausbildung gemacht. Hier als Ritter gekämpft. Und dann plötzlich... Tut mir leid. Habt ihr leider einen fetten Hammer... ...schieben abgeschlossen. Habt ihr leider die Wirbelsäule vom Hypothalamus getrennt. Ah, das macht doch nix, Junge. Kann passieren. Mensch, Junge. Aus dem Hellen. Ich bin 13. Nee, das ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Beim Training hab ich deinen Schlong gesehen. Das ist in Ordnung. Alter, was ist denn mit Lugait? Der hat mich hier richtig zusammengeklöppelt. Alter, wieso bin ich in dem Typen gespawnt? Alter. Ich bin drüben voll die Bot-Armee. Aber so eine böse Bot-Armee. Die evil Bot-Armee da drüben. Horus ist richtig durchgedreht, ey. Da musste erst wieder der Hammer kommen. Da musste erst wieder der Hammer kommen. Okay, da unten kämpfen wieder fünf Mann mit einem. Einfach hochgehen. Surreal Slim Fady, Alter. Leute! Steht doch hier nicht rum! Rein! Alter. Mit dem Schild. Mit dem Schild voran. Ablenken, ablenken. Uh! Rein, Männer, rein! Ich hab euch jetzt die Luke geöffnet. Kommt doch rein! Wo sind... Och, Mann, ey. Ich hasse das. Du musst da rein. Alle durcheinander bringen. Da muss man auch mal einen Tod riskieren. Aber die Stats... Die Stats... Scheiß doch auf die Stats, ey. Es ist so dumm. Oh, jetzt sind die da oben und haben uns wieder festgekeilt. Ja. Schild voran und dann durchpressen. Hier so, zack. Ab. Rein. Dann schieben sie, Ritterkreis. Schieb, schieb. Komm nicht durch, weil du uns im Weg sind. Ja, siehste, guck. Und dann sind die abgelenkt. Und dann öffnest du. Zack, da ist die Nuss geknackt und schon sind wir drin. Ich komm von hinten. Boah, ich werd von allen Seiten angegriffen. Das sind zu viele. Ich bin tot. Ja, aber es ist auch, weil die anderen jetzt nicht reinrennen, sondern dann da vorne stehen. Guck mal, auf der anderen Seite der Mauer stehen. 40 Mann und kämpfen auf der Mauer. Boah, Leute. Wir schaffen das wieder nicht und wir kämpfen gegen Bots. Ja. Wir kämpfen größtenteils gegen Bots. Oh, 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 what? Oben ist eine Menge los. Hoi. Alter, weiter. Da ist eine riesige Wand. Gegner. Ui, 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 lass mich mal durch. Mach doch mal die Leiter. Mach doch mal die Leiter, Leute. Oh. Hier. Guck mal. Too many. Zack. Leiter gebaut. Geht die Leiter hoch. Geht die Leiter hoch. Ist alle hier im Zentralding. Geht die Leiter? Ich habe Leitern stehen, ja. Ich bin hinter dir. Ich komme mit hoch. Banner hinsetzen. Hast ein Banner? Ich habe theoretisch einen Banner, aber ich weiß nicht, ob es sich das jetzt schon lohnt, den hier zu setzen. So, zack, guck mal. Über die Leiter, rein. Jetzt stehe ich hier im Haus. Bist du oben? Ja. Komm. Oh, da sind aber fünf Mann jetzt oder so. Wow, 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 ey, ey, ey. Alter, das sind richtig viele. Wo bist du? Immer noch hier oben. Einen habe ich erledigt. Einen habe ich. Bist du noch am Leben? Ja. Aber er ist Hardcore. Der ist auch Hardcore. Was hat der für einen Swing Circle? Der ist doch auf Steroide. So, habe ich erwischt. Mist. Oh, fuu. Ah, Mist. Dann haben wir nächste kleine Bogenschütze noch hoch. Wir waren die einzigen, der drin waren, ne? Wir waren die einzigen beiden, die da drin waren. Sonst war da niemand drin. Ja. Niemand. Niemand. Wahnsinn. Oh, Leute. Kommt schon hoch. Es geht keiner rein. Ne. 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 Jetzt, komm, drück nach. Ich habe die Attention. Da kommt ein Bogenschütze und gibt mir einen Schuss. Keiner geht rein. Es zieht keiner mit. Die stehen alle da oben und brennen darunter und verrecken. Das war's. Wir verlieren das Ding. Aber so richtig. Und richtig. Und die Leiter hier nicht hochheben. Geht es nicht mehr. Wenn der aber unten ist. Und kann ich die Baller nicht setzen, Mann. Also hier oben stehen 20 Millionen Gegner. Ja, ja. Ey, keine Chance. Keine Chance. Und da bin ich unten. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Da oben ist eine Leiter. An die Leiter, Männer. An die Leiter, an die Leiter, an die Leiter, an die Leiter. Wenn wir jetzt alle nochmal reingehen, könnten wir es schaffen. Meine Fresse, ey. Ne, ist nicht dieses. Hier drüben ist gerade ein Push. Jetzt sind ein paar drin. Auf der einen Seite. Endlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir erobern. Oh, 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 oh. Nee, schafft man nicht. Zehn. Nee. 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 Ey, das ist so eine miese Drecksrunde gewesen. Gibt es nicht. Wir sind halt immer wirklich genau vorm, vor dem, oh, jetzt kommen wieder alle und umzingeln mich vor dem Tor, sozusagen. Wir stehen da wirklich direkt davor. Ich stehe oben drin. Ich bin auch drin. Ich bin drin. Bin tot. Niederlage. Ja, wir waren ja auch nixmal drin, aber wir haben halt kassiert, weil wir vorhin auch ganz am Anfang auch nur zu zweit drin waren. Der ist mal schönes Teamwechsel, das war ja grausam, ey. Ui, ui, na, wird eh durchgemischt, jetzt. Das war unangenehm. Schlecht war das. Schlecht. Schlecht. Das war sehr, sehr unangenehm. Mein Falchion war sehr geschwollen. Ja, aber sie wollten den Falchion nicht richtig feilchen. Wollen sie mit mir feilchen? Sie wollten ihn nicht riechen. Haben sie mit mir gefeilcht? Was? Richtig mit mir feilchen. Zehn Schäkel für diese schöne Flasche? Kennen sie mich als Nabzocker da, oder was? Nein, nein, ich gebe ihnen die Zehn. Nein, sie sollen doch viel weniger gehen. Jetzt sagen sie sieben oder so. Und dann, okay, sieben. Was? Sieben Schäkel für diese schöne Flasche? Der Mann macht mich arm, ich selber habe Zehn bezahlt. Okay, dann gebe ich ihnen Zehn. Nein, was ist das? Ich sage jetzt Neun. Ich sage jetzt Neun. Okay, dann gebe ich ihnen Neun. Und die gebe ich ihnen noch gratis obendrauf. Aber sie haben sie mir noch gratis gegeben. Ehenwert, mindestens. Ja, ja. Die ist doch keine Zehnwertwerte her. So geil. Ich habe mich da wieder in mein eigener Bogenschütze gebogen. Uiuiui, Mr. Mr. Bogen. Uuuu, Alter. Der Bananen, Mann. Ich sage ja, Bananen sind gefährlich. An den Barna. Barnabus. Dr. Dr. Barnabus. Dr. Dr. Barnabus. Dr. Dr. Barnabus. Was? Wir gewinnen aber vielleicht. Obwohl, bei der Karte kann man es nicht so genau sagen. Ne, das geht in Sekunden. Das ist die Lotto-Map. Das ist die Lotto-Map. In einer Sekunde kann sich dein Leben verändern. Au! Boah, Alter! Was ist das? Ich hänge in der Luft rum. Er hat mich gestichelt. Okay, verbuggt ist die auch noch, die Map, Alter. Oh, hier. Um. Um. Ach, komm schon. Nein. Es sind so viele. Oh, keine Chance. Keine Chance. Es waren einfach too many boys in the boiler room. Komm, wir müssen das jetzt gewinnen. Hm. Du darfst nicht wieder ein Grubenleben führen. Du musst dich von der Grube lösen. Oh, Leute! Boah, der eine hier, der hat ja gar nichts mehr dran. Der hat ja arme Beine, war alles weg. Na, jetzt holen sie auf, zack. Und schon sind wir am verlieren. Ah, warte hier. Leicht am Dorminaten. Am besten gleich einen Server wechseln, ey. Was sind die für Menschen? Boah. Was hat mich denn da eben gerade? Die Mordaxt. Von oben. Oh, Sean. Oh nein. Jetzt fallen wir richtig weit zurück. Und ich spawn einfach nicht. Ich spawn einfach nicht. Er hat noch einen geholt. Es gibt's nicht. Nichts. Wir sind down to ten. Da hat sich gerade einer ge-f-tennt wieder. Oh, ich... ...kriebe alles. Ja, noch fünf. Noch einen geholt. Ja! Ja! Doch, noch geschafft. Da hab ich eben gerade am Ende nochmal reingeklatscht. Na, ich nicht so, aber... Uff, elf zu drei, Mann. Elf zu drei. Klatschenberger. Klatschenberger. Gut, da ist Klatschenberger unten am Glorywood. Am Glorywood, ey. Und am Glorywood. Setz dich in diesen Busch und spitze deine Lippen. Und warte, was passiert. Die nur. Dieser Baum hat ein merkwürdiges Loch. Spreize deine Lippen. Und nimm ein Geschenk in Empfang. Warum schmeckt das so salzig? Tja, kleiner Timmy. Ja, kleiner Timmy. Liebe kann ab und zu salzig sein. Ja. Warum riecht dieser Baum... Warum riecht dieser Baum nach Jauche? Jauchenbaum. Das Moos an diesem Baum riecht nach Jauchenmoos. Jauche, das ist auch so... Ja, das ist ein tolles Wort. Jauche. Es duftet so zart nach Jauche. Ich bin neulich in die Wohnung meiner Oma gegangen. Hat sehr stark nach Jauche gerochen. Nach Jauche? Oma behandelt damit immer ihren Klumpfuß. Oma Klumpjauche. Fußjauche. Klüffo Klump. Kennst du das nicht? Klüffo Klump. Oh, Alter, der Bot hat ihn... Nice. Ab und zu, ne? Gehen Bots steil. Oh, angreifen. Wie selten spiele ich die Karte im Angriff, ey. Ja, in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Das stimmt, ja. Weil irgendwie sind wir auch sehr Mason verbunden. Ja, ich weiß auch nicht. Da hat er mir den Kopf weggeewigt. Ewig fand er Snoot. Konterfinter. Ich hab Peppo getötet. Schon mal ne Konter... Peppo. Mr. Peppo. Peppo. Oh, Alter, ein Bogen im Rücken. Unmännlich. Echt unmännlich. Konterfinter. Outschee. Outschee, my uncle. Ha, ha. Uncle. My uncle come from the Jauchenwood. My uncle come from Glorywood. He smell a lot Jaucher. Push, 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 push. Er pustet ein paar Jaucher. On the back hole. On the back hole. Bobby, you don't want to smell this. But I said, stay, son. Smell on this Jaucherfinger. Green Bean, ich hab ihn abgewehrt. Green Bean, Leute. Der jetzt wird geschoben, Alter. Ich puschel die ganze Zeit schon durch hier. Oh, da hab ich aber ordentlich was abgekriegt. Jetzt hat mir einer das Schild wegrasiert, aber es macht nix. Ich hab noch meinen Hammer to protect. Hammer to protect. Ich hab noch meine Jaucheklinge. Au. Aua. Uh, Doppeljauche. Ah, bin ich gestorben. Ja. Ich hab die ersten zwei Schläge, konnte ich noch abfangen mit meinem Gesicht. Binus Saumon heißt der. Binus Saumon. Prinz Peppo hat mit seinem Gesicht geblockt. Prinz Peppo? Da ist Prinz Peppo ein wenig anders. Prinz Peppo malt immer mit alter Kohle auf den Steinen. Wenn ich wiederbelebe, warum? Oh, shit. Was ist das für eine super Flamme? Das war die Ultraflamme, ey. Flammabel. Er hat den Jauchewagen angezündet. Wow, die Jauche brennt aber stark. Er durfte nicht mehr ins Königreich zurück. Weil der Jauche aus seinem Auge lief. Aus seinem Jauge. Boah, ich hab noch jemanden wiederbelebt. Noch eine Reanimation gemacht. Am offenen Jauche. Ich hab am offenen Jauchebein eine Verletzung. Alter, was ist das? Alter, hier geht's gerade richtig rund, ne? Ja, ja. Ich sag dir, das wird nicht durchgemixt. Wir kommen immer mit denselben Leuten ins Team. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Mein Jauchbein ist ziemlich getrollen. Oder geht's zum Objective. Hat das eigentlich, versteht das jemand? Oh, wow, wow, wow. Das sind wieder Flammen. Pepo. Der alte Pepo wieder erwischt. War for the blue and red. Hat da jemand geschrieben. Boah, was ist das? Ah, Armbrust. Das gibt's doch nicht. Wie oft ich weggesnipert werde. Das heißt, erklärt den Menschen das Spiel. Ja, es ist aber auch wirklich. Guck mal, es ist keiner hier. Ja. Das Geleit des Königs. Alle im Wald. Alle im Wald, es kotzt mich an. Ich hab mal hier einen Banner hingestellt. Guck sie dir an, wie sie im Wald kämpfen. Komm, jetzt, jetzt. Boah, das war aber das Triple-Pepo-Horn hier, wurde irgendwie geblasen gerade. Komm, push die noch ein bisschen weg. Alter, wieso konnte ich das nicht? Ein bisschen Banner. Ich konnte es nicht bocken. Ich kann die nicht blocken. Nicht aufbocken? Ich kann die nicht bocken, ey. Ich will deine Mom richtig hart aufbocken, meine Burger-Hollings. Ich will deine Mom aufbocken. Nicht, wenn ich deine Mom zuerst aufbocken. Ich dachte, oh, Alter. Ich war gerade schön am Schieben und dann... ...Bengalische Zange. Da war ich nix. Alter, lol. Ich bin mitten in den Gegnern gespawnt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen gepusht. Dann. Come on, Banner. Ich hätte einen, aber jetzt rollen wir wieder. Das wäre doof, den jetzt zu setzen, glaube ich. Ah, der fühlt sich so schnell wieder auf. Ich habe meinen auch gesetzt. Wenn es dem Pusche dient. Aber ich glaube, sie haben es verstanden so ein bisschen, ne? Na gut, dass du es ihnen erklärst. Ich glaube, sie haben es ein bisschen verstanden. Ich habe mir die Doppelbogenschützen da oben bezwungen. So. Jetzt von hinten, Roy. Nice. Ich pusche, ich pusche. Ich pusche. Das Faltion. Ah, Mist. Ich bin zerrissen worden, aber guter Push, guter Push. Es ist nicht mehr viel. Weiter pushen. Ich pusche. Ich mache eigentlich nichts anderes. Bleibt am krachen, Männer. Ich mache eigentlich nichts anderes als pushen. Ja. In Sprint, nee. So, jetzt wird er hier gegatehoused. Gebt den Mann auf. So. Das ist auch erledigt. Aua. Leave the Gatehouse alone. Was? Ey, was? Was seid ihr denn für ein Move? Gitte mir einfach die Beine weg. Kommt schon, Männer. Was? Was hat er geschrieben? Er hat nach einem guten Baum gesucht, um drauf zu pinkeln. Wieder oben stehen sie jetzt aber, ne? Und sind willig und bereit. Wow. Wow. Ach so, umdesertiere ich hier. Ist der hier oben drin? Ja, ich habe alle reingelockt, aber... Ah, Mist. Komm hier nicht durch. Hier sind so viele Dudes. Oh, da nimmt sich einer an Stein. Der ist sehr aggressiv. Boah, ey. Sehr aggressiv. Sehr aggressives Verhalten. Komm schon, Leute. Push hinterher. Aber es verteilt sich schön oben. Ja, wir kommen. Wir kommen rein. Ich komme zu dir auf deine Seite. Oben Banner reinsetzt dann. Vorsicht. Ja, da stehen Sachen schon, aber... Die sind ein bisschen... Au, was? Ich verstehe nicht, wie die schnell die manchmal schlagen können. Ich habe einen Hammer und brauche eine halbe Minute, um auszuholen mit dem Ding. Aua, jetzt werfen die mit Stein. Unfair. So, hier. Ich habe einen Banner auf der Line. Banner auf der Line. Boah, da kam einer von der Seite. Ich wurde richtig schön abgehackt. Also heute in der Folge... Alles egal. Rein. Ich lenk sie ab. Oh, Glory. Ich lenk sie ab. Ich logg sie an. Noch am Leben? Nee. Wie viele sind da... Da kommst du nicht ran? Das sind eine Milliarde Gegner. Hier. Hoch hüpfen, rein rein. Ich habe eben gerade versucht, über die Mauer zu kommen, aber... Wow, was? Jetzt, 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 jetzt. Jetzt sind wir drin. Manchmal brauchst du nur so einen kleinen Flutscher zum Ablenken. Und dann... Ja. Alter Prinz Flutsch. Noch halten wir den Flutsch. Bis nach oben. Ich bin jetzt gerade wieder rein. Er ist wiederbelebt und so. So, jetzt sind wir drin. Der verbindet sich gerade hier. Technik. Ich habe Technik erledigt, Alter. Nie wieder Saturn-Werbung. Komm, 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 komm. Ja. So, und jetzt. Autschi. Ansgeleit. Autschi. Ansgedoing, Leute. I go on the doing-loings. Yep. Push it to the limit. Oh, oh, da ist ein Laggeist. Laggeist, da siehst du sie auch. Nee. Mit einem Blutrausch. Mit einem Geldrausch. Bei den Videos eher nicht, aber... Aber das Spiel macht halt einfach so viel Spaß. Ja, alles, was Spaß macht, ist irgendwie immer uncool. Die alte Regel. Hast du Spaß? Ja. Na, will es keiner sehen und bringt dir auch kein Geld. Hier ist der Lagprinz. Bin ich der Lagprinz? Nee, bei mir ist alles gut. Ein paar Leute haben Ultra-Lags. Kann sein. Also, bei mir ist... Ab und zu laggt mal einer. Ab und zu laggt mal einer, ja. Ab und zu laggt mich einer an, ja. Was? Ich hab ihn nicht fertig machen können. Anderen Fink, doch. I don't like these. You like to dance? I don't like to dance. Schön. Prinz Musch. Prinz Muschelauge. Muschelauge. Ach, ein Prinz aus der Auge. Warum nannte man ihn aus der Auge? Ja, ziemlich gestunken aus dem Auge. Nach Jauche. Nach Jauche. Jauche. Wieso hat Papa so viel Jauche an der Pupille? Warum hat Papa eigentlich immer Jauche an der Lippe? J-Lip. Wow, was war das? Äh, Balliste. Ballisto, Alter. Aber so war es für Baldfrüchten. Fieser Schokoladenangriff, ey. Ja, der Karren hat grad irgendwie leichte Probleme, aber... Kriegen wir alles hin. Liegt hier irgendwo vielleicht ein Schild oder so? Das wär ganz praktisch zwischendurch. Ich hab keine Ausdauer mehr, weil ich die ganze Zeit blocke. Was? Was denn für einer? Die Milchmädchen-Moves. Ouchiii. Schon ein bisschen hochheilen und karren. Achtung, da kommt einer. Jetzt haben die sich da eine Flamme hingesetzt. Das ist gut. Der Papa Theodor hier, der ärgert mich aber. Geheilt von Papa Theoden. Der Baba. Papa Theoden hier. Boah, es geht ab, Alter. Ich wurde da irgendwie rausgepresst. Das Spiel wusste nicht mehr, wo ich bin. Ob ich jetzt vorne oder hinten bin. Keiner weiß es so genau. Ich bin die ganze Zeit hier noch am... ...duktoranten. Oh geil, ein Morgenstern. Ich hab wieder Bock drauf. Komm, jetzt. Ja, geil. Wenn wir die Stelle haben, dann wird alles gut. Hier, noch einen wiedergeholt. Doch da. Die Schanty. Oh, Leute. Das war, glaube ich, wieder die Flamme von irgendjemandem selbst. Ey, drückt mich doch nicht in die Flamme rein. Wieder hier auch noch in die Flamme von deinem A-Drehen. rechts sind Flamme. Kann ich's machen. Ach, komm schon. Wir müssen kurz auf die Flammen warten. Ey, tot. Jetzt komm rein. Kann ich's machen. Wir liegen wie so hin und her gepresst. Das war belgisch Pressing, wie man so schön sagt. Kommt schon. Push doch. Locken, pushen. Schön. Der letzte Millimeter. Draufspucken. Dann flutscht, dann flutscht er von alleine rein. Was wär? Wo, wo war JP jetzt bitte? Er rollt, er rollt, er rollt. Aber hier, das Tor ist echt schwierig, ne? Weil hier so ne Verengung ist. Aber jetzt sind wir doch durch, oder? Ja, ich wollte schon sagen. Was? Touch the Mermaids? Touch the Mermaids? Ah, ja, ja, ja. Ja, schön. Alle Fackeln holen, genau. Guck mal, jetzt haben sie's verstanden, glaub ich. Ah, Mann. Die gelben. Ah, wir müssen zu den gelben Sachen. Ich kann keine Flamme mehr nehmen, den hab ich schon so oft. Ich kann keine Flamme mehr nehmen, des Feuers. Du musst erst warten hier. Flambag. Richtigen Flambag. Dieser Rapper Flambag. Oh, ey, vier Mann. Drei, vier Mann ist zu schwierig. Flambag hat mich niedergedisst. Gerungen. Toll, der eine zündet sich selbst an. Nimmt nicht die Fackeln mit. Was ist mit dem da? Alter, was war denn das eben gar nicht für ein Defender of the Earth? Nee, nee, die Earth Defender. Oh. Habe ich hier mal ne kleine Heilmatratze hingestellt? Fackel nehmen, bitte. Danke. Oh, da oben sind's. Die Bodenschützen und alles. Verstöre Barrikaden. Ich auch, hier auf der Seite. Er hat gerade gesagt, Ei, Majarek. Ei, Majarek Barnes. Habe ich was getroffen? Habe ich was getroffen? Nee, ne? Ah, das brennt. Schönen. Oh, der Karin schiebt mich gerade irgendwie direkt zum Gegner rein. Nicht so gut. Und ein Pfeil steckt in meinem Kopf. Das hat meine Persönlichkeit doch ein wenig verändert. Das hat meine Persönlichkeit langfristig verändert. Ich war nicht mehr derselbe. Ich war nicht mehr derselbe, nachdem ein Pfeil in meinem Kopf steckte. Früher stand ich noch auf Paartänze. Oh ja. Habe ich noch normal mich unterhalten können? Jetzt schreie ich. No, no. Wow. Das war ja ein really ultraübler Handkantschlag hier. Voll in die Gruppe. Komm in die Gruppe. So, aber jetzt, guck mal, das ist ein schöner, schöner Durchlauf hier. Faltion Cayman S. Komm in die Gruppe. Damals im Mittelalter. Gib uns nur deine, gib uns 150 Dublonen und wir besorgen dir gutes Kriegsgerät. Boah. Was, die haben jetzt schon Katapu? Die haben Katapu zum Verteidigen? Früher, ja. Die auch mal ins Katapu. Ansch Katapu, Ansch Katapu. Katapu steht erst. Ja gut, wenn der Wagen drin ist, genau. Was? An welchem Katapu bist du? Oh, oh, oh. Ich bin schon kaputt. Du kannst ja reparieren. Ist ja nicht schlimm. Kannst ja reparieren. So. Ich besorge dir Munition. Besorgen Sie mir Munition. Ich schicke mal schon Ritter rüber. Okay, das ist zu weit. Position drauf. Achtung, sie kommen, sie kommen, sie kommen. No. Uff. Uff. Bad Boys. Der Bad Boy Club. So, erledigt, erledigt. Okay, dann gehen wir mal durch die Mittel. In the middle of the night. Das ist der Green Bean. So, er schleppt die Dinger ran. Ey, Katapu ist so ein Gedränge für jeder ran. Oh, noch hoch. Jeder will ins Katapu. Jeder. Gar nicht hier. In der Mitte ist krass. Wir müssen, aber da hinten ist einer durchgekommen. Sehr gut. Ey, hat noch keiner aufs Tor geschossen mit dem Katapult? Ey. Wir haben ja nur zu einem Schuss. Dann wurde ich abgelöst, weil die angegriffen haben. Dann war schon wieder jemand anderes dran. Wir müssen die Petaten nach vorne bringen. Der eine macht jetzt so Points. Katapu-Points sind... Ja, ist egal. Points sind egal. Am Ende, wenn du der erste im Verlierer-Team bist, bringt das einen Scheiß. Weißt du so? Ja, aber ich will der erste im Gewinner-Team sein. Verstehst du das? Ich bin halt ein ambitionierter Spieler. Ja, und dafür muss man Objectives machen. Auf allen Hauptseitentanzern. Sonst gewinnt man nicht. Muss die Mischung aus Support, Objective und Killer sein. Ja, aber Objectives werden punktemäßig halt nicht so gut vergütet im Endeffekt. Also du kannst am Ende nicht erkennen, ob jemand wirklich am Objective gearbeitet hat oder halt einfach nur geslaughtered hat wie ein Wahnsinniger. Was sehr langfristig dann... Ich sag, er muss an allen Fronten so ein bisschen sein. Ein bisschen Objective, ein bisschen Slaughter-Man. Treffen wir den nicht. So, jetzt mal hier eine Petale schleppen, Leute. Also die Mitte ist hart protected. Wir müssen über die Katapulte gehen. Das bringt sonst nichts. Die sind hier zu hart am Start. Die sind hier zu hart. Ja, der hat sich ganz gut heilt. Ja, aber egal. Wenn die Katapulte schön draufhalten, kommen wir auch durch. Boah, ey, echt jetzt? Hier, der linke Katapult, Pepo, Pepo macht das Ding. Hier, der kassiert mit seinem Crossbow. Pepo macht das Ding. Jetzt nur noch den Baronen slaughtern. Baron Papono. Der Herzog. Der Herzog. Wie heißt das, äh, Duke? Ja, ne? Duke. Duke. Klingt viel geiler als Herzog, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist hergezogen. Boah, da regnet Steine. Irgend so ein kleiner Willi. Weiß Steine von oben runter. I need pharmacy. Ich muss mal hier mit dem Aufseher melden. Um... Was geht hier ab? Wir sind... Wir müssen hier die Tür knacken. Knack die Tür links. So, geht von allen Seiten. Dann. Man kann hier auftreten. And Thomas. Zweimal 75 Damage. Wie kann er leben? Ich verstehe es nicht. Boah, die Fighting Sounds hier drin sind ja geil. So, wir sind eigentlich hier drüben drin. Ja, wir eigentlich auch. Aber die protecten links die Tür extrem gut. Banner hin. Aber der Herzog kriegt Damage. Oh, was? Ja, irgendjemand hat gezielt meinen Banner zerstört. Ah, ich würde ihn gerade wiederbeleben. So sorry, my friend. Der ist hier mit einer Turnierlanze unterwegs. Wow. Das Spawn. Das Spawn 20 Leute auf einmal. Jetzt da, der Herzog. Er liegt blank. Hammerschläge. Ja, auf den Herzog. Ich habe ihm einen Schlag verpasst. Er schielt. Spielzuck. Herzog Pipo. Schielt so komisch. Mein Auge läuft aus. Ist das normal? Mein Lieblingspony ist das Gelbe. Ah, halt. Pepo. Ne, wie heißt der Herzog hier? Papa. Ne, das ist bei uns im Team, ne? PHH. I hate it by many. Ja, der Herzog, der kann nix. Ran an den Hof. Bam, bam, bam. Ablenken den Mann. Ja, drauf. Ich kill. Ja, ich habe den Herzog erledigt. Ja. Ja. Was ein Blutrausch hier. Das sage ich doch. Go for objective. Shit on the fights. Alles rauswerfen. Geil, der Herzog kill, Alter. Das war eine Mörderfolge. Oh, da ist noch irgendwas explodiert. Der Herzog. Irgendwas, ja. Herzogs Herz. Ist noch im Hintergrund explodiert. Das Herzogs Holzherz. Das war damals so. Holzherz. Die Holzherzprothese ist noch explodiert. So, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Kleinen Bussi da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Herzog.